50 Shades of Grey Regisseurin Sam Taylor Wood hat sich definitiv von ihrem neuen Film inspirieren lassen. Bei der Europa-Premiere von Godzilla trug sie ein enges Lederkleid. Trotz der Kälte in London trug die blonde Filmemacherin ein enges Lederkleid, High Heels und eine juwelenbesetzte Handtasche. Die 47-Jährige posierte neben ihrem 24 Jahre jüngeren Ehemann Aaron Taylor Johnson. Aaron, der die Hauptrolle in dem Filmspiel trug einen schnittigen Anzug und ein weißes Shirt. Bei der L.A. Premiere von Godzilla verriet Sam, dass Taylor Johnson in 50 Shades spielt. Wir sind sicher, dass die Fans von Aaron die Kinos überrennen werden, um ihren Star in dem verruchten Film zu sehen.